Kennst du das? Du schaust dir gerade ein Programmiertutorial an und siehst am Ende den fertigen Code, den du dir am liebsten einfach nur kopieren möchtest? Und dann stellst du fest, dass man aus einem Bild nicht einfach so Text kopieren kann, weil dieser ja nicht lesbar ist. Kein Problem. Dafür gibt es doch GitHub. Allerdings ist in der Videobeschreibung kein Link zu einem Repository zu finden und du hast jetzt auch keine Lust, alles abzutippen? Was tun? Ganz einfach. OCR. OCR ist die Abkürzung für Optical Character Recognition. Wie der Name bereits vermuten lässt, kann man damit aus einem zweidimensionalen Bild, das handgeschriebene oder gedruckte Textbestandteile enthält, menschenlesbaren Text extrahieren. Welche Vorteile hat das? Nun, wenn ein Text lediglich als Bild vorhanden ist, kann man weder Teile daraus kopieren, noch mit bekannten Suchalgorithmen wie Knut Morris-Bratt oder Karp Rabin nach bestimmten Wörtern suchen. Doch nicht nur suchen. Auch das Bearbeiten von Texten ist nicht möglich, außer du fügst dem Bild in einem Zeichenprogramm Text hinzu. Zudem kann der Python-Interpreter Quelltext, der nur in Bildform vorliegt, nicht ausführen, doch wenn wir den aus einem Screenshot heraus in Text umwandeln können, ist das durchaus möglich. Der OCR-Prozess besteht wiederum aus kleinen Teilprozessen. Zuerst muss das Bild natürlich über eine Quelle bezogen werden. Das kann zum Beispiel ein Scan oder ein Foto sein. Im Pre-Processing wird die Datei nun so aufbereitet, dass sie durch die OCR-Software weiterverarbeitet werden kann. Jetzt folgt die Layout-Analyse, in der Bilder von Texten etc. getrennt werden. Dabei werden die Positionen der einzelnen Elemente, die Anzahl der Absätze usw. gespeichert. Nachdem der zu erkennende Text lokalisiert wurde, geht es weiter mit dem nächsten Schritt, nämlich Character Segmentation. Die identifizierten Textblöcke werden dabei in Sätze, die Sätze in Wörter und die Wörter in einzelne Zeichen aufgeteilt. Jetzt geht es an die eigentliche Character Recognition. In der Software, mit der die OCR durchgeführt werden soll, sind Muster von Buchstaben, Zahlen und weitere Zeichen hinterlegt. Diese Muster werden nun mit dem aktuell zu erkennenden Zeichen verglichen und dann durch einen Algorithmus entschieden, um was es sich wahrscheinlich handelt. Das zugrunde liegende Trainingsmaterial, mit dem der Algorithmus arbeitet, entscheidet letztendlich über die Güte des Ergebnisses. Es kann also unter Umständen zu Fehlern bei der Unterscheidung von einer 1 und dem kleinen L oder einer 8 und dem großen B kommen. Jetzt folgt das Post-Processing, in dem die erkannten Buchstaben und Zeichen wieder zu Wörtern, Sätzen etc. zusammengebaut werden. Zudem wird noch einmal die Plausibilität des Ergebnisses geprüft, wie etwa ob bestimmte B- oder Trigramme in der zugrunde liegenden Sprache überhaupt vorkommen. Hat der Algorithmus als Ergebnis zum Beispiel bch erkannt, liegt der Vermutung nahe, dass dort im Deutschen ein sch stehen sollte. Der erkannte und im Post-Processing optimierte Text kann dann weiterverwendet werden. Die hier vorgestellten Schritte stellen lediglich eine mögliche Vorgehensweise dar. Um Optical Character Recognition in Python umsetzen zu können, kann Tesseract verwendet werden. Diese Software eignet sich für die Erkennung von Textzeichen bzw. Textteilen und wurde auf das Einlesen und Erkennen von sehr großen Textmengen hin optimiert. Zur Installation von Tesseract sind mehrere Schritte vornöten. Zuerst benötigen wir das Programm selbst. Tesseract ist nämlich nicht einfach nur eine Python-Bibliothek, die wir uns via PIP herunterladen. Wir benötigen zwar auch eine solche Bibliothek, doch diese stellt lediglich eine Programmierschnittstelle zum Tesseract-Binary her. Aber alles der Reihe nach. Zuerst besuchen wir die GitHub-Seite der Universitätsbibliothek Mannheim und laden uns im Tesseract-Repository das fertig gepackte Windows-Binary herunter. In meinem Fall benötige ich die 64-Bit-Betriebssystem-Architektur. Welche Variante du verwendest, findest du heraus, indem du die CMD startest und den Befehl WMIC, gefolgt von OS, GET, OS Architecture eingibst. Wenn bei dir dort 32-Bit steht, lädst du dir eben das entsprechende Portant herunter. Jetzt musst du das soeben heruntergeladene Programm natürlich noch installieren. Dafür führst du einen Doppelklick auf die Setup-Datei aus und wartest, bis sich der Installationsdialog öffnet. Vorsicht, es kann sein, dass Windows dich davor warnt, dieses Programm jetzt zu installieren. Das liegt daran, dass es aus einer unbekannten Quelle stammt. In dem Fall ignorieren wir das, weil wir wissen, dass es von der Universitätsbibliothek Mannheim kommt. Trotzdem solltest du da immer vorsichtig sein und gegebenenfalls eine VM aufsetzen. Als Sprache wählst du Deutsch aus und klickst auf OK. Lies dir jetzt die lizenzrechtlichen Bestimmungen durch und klicke auf Annehmen. Dann auf Weiter, wenn du Tesseract für alle Nutzer des PCs installieren möchtest. Dann erneut auf Weiter, außer du möchtest noch zusätzliche Skripte etc. herunterladen, die du dann mit einem Klick auf die Checkboxen hinzufügen kannst. Dann erneut auf Weiter und abschließend auf Installieren. Nach der Installation klickst du noch einmal auf Weiter und schließlich auf Fertigstellen. Jetzt schaust du nach, wo genau Tesseract auf deinem System installiert wurde. Wenn du den Ordner gefunden hast, kopierst du dir den Dateipfad, in dem sich die Exit-Datei befindet. Bei mir ist das dieser Pfad hier. Diesen Pfad trägst du in die Umgebungsvariable path ein. Das kannst du ebenfalls über die CMD machen. Dafür verwendest du den Befehl setx, gefolgt von der Umgebungsvariable, die du ändern möchtest. In diesem Fall path. In Anführungszeichen notierst du den neuen Wert der Variable. Beachte, dass die path-Variable sehr wahrscheinlich schon einen Wert besitzt, an dem du ein neues Verzeichnis anhängen willst. Hole dir also den aktuellen Wert der path-Variable durch %pathprozent und füge mit einem Semikolon getrennt den Ordner, in dem sich die Tesseract.exe befindet, hinzu. Wenn das nicht klappen sollte, dann starte die CMD als Administrator. Jetzt öffnest du die CMD neu und gibst dem Befehl Tesseract ein. Nun sucht Windows eigenständig die Tesseract.exe und führt sie aus. Hervorragend. Speichere dir den Pfad am besten noch einmal separat ab und ergänze zusätzlich ganz hinten noch den Namen der Tesseract.exe. Das brauchst du später für das Python-Programm. Apropos Python-Programm. Wir benötigen zum Schluss noch die Python-Bibliothek PyTesseract, die wir uns mit dem Befehl pip install pyTesseract besorgen können. Um uns die Bilder ins Python-Programm zu laden, verwenden wir die imread-Funktion von CV2. Dafür brauchen wir natürlich auch CV2, dass wir uns mit pip install opencv-python holen können. Alle weiteren Bibliotheken müssen nicht separat heruntergeladen werden und werden automatisch mitinstalliert. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Text, der uns leider nur als Bild vorliegt, mit Hilfe von Tesseract in maschinenlesbaren Text umzuwandeln, in dem wir auch suchen können. Hierfür importieren wir uns die beiden Bibliotheken, die wir uns zuvor installiert haben, nämlich CV2 und PyTesseract. Jetzt lesen wir mit der Funktion imread auf CV2 ein Bild ein und speichern es in einer Variable image. Die Funktion imread erhält den Pfad zum Bild, das in einen Text umgewandelt werden soll. Ich habe das Bild zuvor unter dem Namen test.png abgespeichert, weshalb ich imread auch genau diesen Pfad übergebe. Jetzt kommt ein Schritt, der vielleicht etwas seltsam ist. Wir müssen, obwohl wir in der Path-Variable bereits dokumentiert haben, wo die tesseract.exe zu finden ist, jetzt noch einmal im Python-Programm selbst den Pfad zur Exe-Datei hinterlegen. Dafür rufen wir auf pyTesseract, pyTesseract auf und greifen auf die Variable tesseract underscore cmd zu. Diese weisen wir als Wert einen String zu, indem wir den Pfad zur tesseract.exe eintragen. Damit wir den Backslash nicht escapen müssen, notieren wir hier vorne noch das R. Sehr schön. Jetzt rufen wir auf pyTesseract die Funktion imageToString auf und übergeben ihr unser zuvor eingelesenes Image. Den Ergebnistext können wir in einer Variable speichern und bei Bedarf auf der Konsole ausgeben. Das war's schon. Um zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert, rufen wir unser Programm doch einfach mal auf. Nach einer kurzen Wartezeit wird uns der Text, der im Bild stand, ausgegeben. Und ja, das ist jetzt wirklich der Text, den wir anfassen, kopieren und nach bestimmten Informationen durchsuchen können. Sogar Zeilenumbrüche werden zum Großteil richtig erkannt. Tesseract ist natürlich nicht perfekt und so kann es sein, dass man an der einen oder anderen Stelle etwas nachbessern muss. Wenn man aber bedenkt, dass es sich hier um ein kostenloses Tool handelt, wofür man woanders Geld bezahlt, ist das schon ziemlich gut. Das können wir aber nochmal optimieren. Wie du siehst, wurden beispielsweise die Umlaute nicht richtig erkannt. Das liegt daran, dass wir hier die standardmäßig eingestellte Sprache, nämlich Englisch, verwenden. Und da gibt's keine Umlaute. Um Deutsch verwenden zu können, benötigen wir die Trainingsdaten, die uns Tesseract dafür in einem Repository zur Verfügung stellt. Die Datei heißt deu.traineddata. Den Link dazu habe ich dir selbstverständlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Diese Datei musst du am Speicherort von Tesseract in dem Ordner TestData ablegen. Bei mir ist das dieser Pfad hier. Um das Sprachpaket für die Optical Character Recognition nun in PyTesseract nutzen zu können, fügst du der Funktion ImageToString einen weiteren Parameter lang hinzu und setzt diesen auf deu. Starten wir das Programm nun erneut, so sehen wir jetzt endlich die schönen Umlaute. Die Optical Character Recognition mit Tesseract funktioniert natürlich auch mit Quelltext. Ich habe dafür einfach mal einen Screenshot von Code aus einem meiner älteren Tutorials erstellt und den jagen wir jetzt durch Tesseract. Den Parameter für die Sprache Deutsch lassen wir diesmal natürlich weg. Das Bild heißt code.png und diesen Namen übergeben wir einfach als Parameter unserer imread-Funktion. Wenn dich dieses unflexible Hardcodieren im Quelltext stört, kannst du dein Programm mit Kommandozahlenparametern dynamisieren. Wie das geht, erfährst du in meinem Video zu Kommandozahlenparametern, das ich dir selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das Ergebnis ist... Joa, okay. Man muss zwar noch ein bisschen nachbessern, doch der Großteil wurde richtig erkannt. Wenn du magst, kannst du ja mal versuchen, eine weitere Sprache, Python, zu trainieren. Dann werden die Ergebnisse noch besser. Übrigens, wenn ein Bild, wie hier, gedreht wurde, hat PyTesseract ein Problem. Es versucht dann zwar auch maschinenlesbaren Text zu extrahieren, doch das Ergebnis ist sehr bescheiden. Die Aufgabe, das Bild für die weitere Bearbeitung vorzubereiten, liegt dann bei dir. Das ist aber kein Problem, denn du musst lediglich das eingelesene Bild rotieren. Dafür stellt dir TV2 die Funktion Rotate zur Verfügung. Diese erwartet das ursprüngliche Bild und einen Parameter, der die Drehrichtung angibt. In unserem Fall müssen wir das Bild 270 Grad im bzw. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dafür gibt es die Konstante Rotate 90 Counter Clockwise. Das Ergebnis weisen wir wieder unserem Bildcontainer zu. Starten wir das Programm nun erneut, ist alles wieder gut. Aber was ist, wenn du nur Ziffern erkennen möchtest? Das könnte zum Beispiel dann erforderlich sein, wenn du aus einem eingescannten Formular die Telefonnummer oder einen Rechnungsbetrag auslesen möchtest. Nehmen wir als Beispiel diese primitive Telefonrechnung. Neben unwichtigen Customer Service Blabla steht dort deine Telefonnummer und der Betrag, den du deinem Telefonanbieter schuldig bist. Statt einen regulären Ausdruck zu definieren, der aus dem Ergebnis der OCR einfach alles, was irgendwie wie eine Ziffer bzw. Zahl aussieht, herausschneidet, lassen wir Tesseract am besten einmal nur Ziffern erkennen. Wie funktioniert das? Nun beim Einlesen über die Funktion imageToString geben wir einen weiteren Parameter config mit. Das sind quasi die Kommandozahlenparameter, die wir beim manuellen Aufruf von Tesseract über die Konsole verwenden würden. Das geht nämlich auch, denn PyTesseract stellt ja nur eine Schnittstelle für den Python-Programmierer zur Verfügung, um mit den Tesseract-Binaries zu kommunizieren. Für die Ziffererkennung verwenden wir den Kommandozahlenparameter outputBaseDigits. Wenn wir das Programm nun starten, bekommen wir als Ergebnis zuerst die weiter oben stehende Telefonnummer und danach den Rechnungsbetrag ausgegeben. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man mit Tesseract machen kann. Das werden wir aber in anderen Videos thematisieren. Wie alles im Leben hat natürlich auch Tesseract seine Nachteile. Zudem gibt es auch einige Features, die in der praktischen Arbeit mit OCR sinnvoll wären, aber nicht implementiert sind. Einen Nachteil von Tesseract hast du ja bereits kennengelernt, nämlich die teilweise auftretenden Fehler. Man muss aber ehrlich sagen, dass das hier wirklich Meckern auf hohem Niveau ist. Dafür, dass Tesseract völlig kostenfrei verwendet und sehr leicht über Python angesprochen werden kann, arbeitet es wirklich hervorragend. Ich möchte jedoch nicht verschweigen, dass es kommerzielle Lösungen gibt, die besser arbeiten. Wenn in dem Bild Störfaktoren auftauchen, die Perspektive verschoben oder ein komplexer Hintergrund zu sehen ist, kann das die Qualität des Ergebnisses ziemlich stark negativ beeinflussen. Hin und wieder kann es vorkommen, dass die menschliche Leserei in Folge eines Dokuments nicht eingehalten wird. Das ist beispielsweise bei Formularen mit Spalten häufig der Fall. Tesseract zieht dann nämlich über die tabellenartigen Strukturen hinweg und versucht die Texte zeilenweise zu erkennen. Handschriftenerkennung ist außerdem auch so gut wie unmöglich. Es wird zudem nicht erkannt, in welcher Thorn-Family ein Text ursprünglich geschrieben wurde. Die Sprache des Textes wird nicht automatisch erkannt, das heißt man muss im Vorfeld über den Parameter lang in der Funktion imageToString die gewünschte Sprache festlegen. Aber wie bereits erwähnt, ist das Meckern auf hohem Niveau. Für viele Anwendungen reicht Tesseract vollkommen aus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Und ja, ich werde mir für die Zukunft auch ein GitHub-Repository anlegen, indem ich dann den Quelltext zu meinen Videos veröffentliche.